Hi, ich bin Horst. Und ich bin Samantha. Wir beide sind heute für euch in einer Spezialmission unterwegs. Genau, wir schauen uns die vier Locations an für den CZ Silion below Austria Cup. Begleitet uns auf unserer Tour quer durch Österreich. So ist es. Los geht's. Servus Thomas. Grüß euch, hallo. Hallo. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid bei Taro. Wunderschönes Geschäft habt ihr da? Allerdings. Vier Jahre lang haben wir geplant und gebaut und jetzt freuen wir uns, dass wir 350 Quadratmeter Einzelhandelsfläche haben. Okay, das wollen wir alles sehen. Natürlich. Kommt mit. Thomas, ihr habt euch als junges Unternehmen einen super Standort gesucht. Kannst du mir dazu was sagen? Wir sind da im ehemaligen Semperitwerk in Dreiskirchen. Das ist keine 30 Minuten weg von Wien. Wir haben da 3.000 Quadratmeter Fläche gemietet und nehmen jetzt gerade den Vollbetrieb auf. Sehr interessant. Ich habe gesehen, ihr habt doch einige Bögen hier. Ja, jede Menge Bögen haben wir da. Das ist das Spezialgebiet von meinem Bruder Bernhard, der Bögen auch produziert und natürlich haben wir da eine ganze Menge davon bei uns vor Ort. Kann man die dann auch mal testen? Aber natürlich. Wir haben eine große Bogenhalle unten und auch die Schießhalle werden wir uns gleich anschauen und dann können wir auch ein paar Schuss machen. Sehr gerne, unbedingt. So Samantha, das ist jetzt unsere Bogenhalle. 35 Meter lang, 12 Meter breit, jede Menge 3D-Tiere und Zielscheiben. Probiert doch einfach. So, jetzt sind wir im Herzstück von Taro. Unsere dynamische Halle. 25 Meter Schussdistanz, 12 Meter breit, 9 Bahnen, alles frei programmierbar vom Licht bis zu den Tischen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Ja, dann machen wir aber Schuss, oder? Thomas, vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft und wir freuen uns dann, wenn wir den in Cup besuchen dürfen. Wir freuen uns auch. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke. Hallo. Hi. Servus. Servus Robert, grüß dich. Also du hast echt nicht so viel versprochen. Wir sind mitten in Graz. Ja, wie ich gesagt habe. Wir haben echt, wir haben es geschaut. Ich hoffe, dass wir jetzt die Schießanlage mitten ins Ballungsgebiet Graz reinholen. Bin ich echt stolz. Finde ich cool. Herr Robert, ich habe gehört, ihr habt hier was zum dynamischen Schießen. Ja, genau. Das war der eigentliche Plan von der ganzen Geschichte, dass wir sagen, wir wollen das dynamische Schießen pushen. Wir brauchen eine Dynamic Range und nachdem die allein aber nicht funktioniert, haben wir gesagt, passt, wir machen eine Kombination. Erster Stock, Dynamic Range, Untergeschoss, klassische Schießbanden, Linefire Bereich und in der Kombination ist das ein super geiles Angebot. Shop haben wir dazu gebaut. Macht sich super, super spannend und ich glaube, wir müssen uns das alles im Detail anschauen, oder? Ja, genau. Perfekt. Los geht's. Musik Robert, vielen Dank für die Rundführung. Ich habe noch eine Frage. Für was steht Kalibar S eigentlich? S steht in dem Fall für Siegert natürlich, das ist klar. Aber S steht auch für Sicherheit, Safety so quasi. S steht für sauber und damit in Summe wollen wir sicheren, sauberen Skisport im Kalibar S promoten. Das habt ihr definitiv geschafft. Ich hoffe, wir dürfen dann mit dem CZ Celi & Pelo Austria Cup euch dann besuchen kommen und schöne Zeit darauf bringen. Ja, da gefreut mich auch schon. Perfekt. Sehr super. Vielen, vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Hi. Grüß dich, Bernhard. Servus. Festschneiken-Standard hast du hier. Ja, kann mir herzeigen. Was führt euch zu mir? Ja. Bernhard, du, wir sind auf der Suche nach einem Partner für unseren CZ Celi & Pelo Austria Cup. Über die Dofter schauen wir zu dir, weil da sind wir sicher richtig. Volllässig. Können wir sicher was machen, ja. Wir haben unten im Erdgeschoss auch eine komplette Schießanlage neu eingebaut. Ich kann es euch gerne zeigen. Ich muss noch ganz kurz in den Weg stehen und dann schau ich mich da hin. Ja, gern. Komm mal rein. So, jetzt zeige ich unten. Ich glaube, der Harry ist eh schon da. Der kann euch da die ganze Geschichte besser erklären. Harry, hi. Mit Birni. Ich bin mitgebracht. Hallo. Hallo, Semmi. Hi. Servus. Super, dass du da seid. Habt ihr jetzt heute auch mitgebracht. Ich würde euch gerne beim Museum etwas zeigen. Da haben wir einiges weitergebracht. Unbedingt. Ja. So, da stehen wir jetzt in unserem Cooper Museum. Zu Ehren von Jeff Cooper. Richtig. Der Namensgeber unserer Anlage. Jeff Cooper, mitbegründeter Pistolenschießtechnik. Und das Range aus dem Englischen in der Sinne für Reichweite. Die Idee von Amerika zu uns nach Österreich, nach Bucht, da auf unseren Stand. Range steht ja auch für Skistand. Dann schauen wir uns die Skistänge auch noch an. Da habe ich was Lustiges aufgebaut. Das würde ich jetzt gerne mit euch probieren. Auf dem B-Stand, wenn ihr mitgehts drüben, da ist schon alles vorbereitet. Auf dem B-Stand. 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 Harald, vielen, vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir freuen uns sehr, wenn wir dich dann mit dem Celi und Pelo CZ Austria Cup da im Buch-Urstein bei Salzburg besuchen dürfen. Gefreut mich. Sehr gerne. Dass es Spaß gemacht hat. Hat mich getaugt. Dass Zeit gehabt habt. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Kommen. Die darf ich noch rausbegleiten. Danke. Hallo. Grüß euch. Hallo. Grüß euch. Hallo. Grüß euch. Servus, Martin. Gibt es gut herkommen? Perfekt. Wart ihr schön unseren Neichen geschobbt? Nein, noch nicht. Das schauen wir uns gleich an. Sehr gerne. Er rennt spaziert. Wie darf ich euch helfen? Martin, wir sind auf der Suche nach einer Location für unseren CZ Celi und Pelo Austria Cup und haben mir gedacht, ich habe so eine nagelliche Schissanlage und die schauen wir uns an. Schauen wir sie uns gleich an. Bitte. Gehen wir gleich runter. Das ist jetzt der erste Teil von unseren 12 Faustfahrwaffenstände mit jeweils 25 Meter. Kann man mittels der Seilzuganlage in 5 Meter Schritten die Distanz einstellen und kann natürlich dann relativ einfach die Scheiben wechseln. Ich habe gehört, ich habe zu einem supermodernen Schisskino. Haben wir auch da. Magst du das anschauen? Unbedingt. Gehen wir gleich um. Ja. Die Besonderheit in unserer neuen Filiale in Hohenzell ist das Schisskino. Und nachdem wir gewusst haben, dass ihr heute kommt, haben wir für euch etwas vorbereitet. Wollt ihr es probieren? Unbedingt. Gerne. Legen wir los. Jetzt habt ihr aber noch einiges verschossen. Oh ja, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Martin. Wir freuen uns irrsinnig, wenn wir mit dem CZ Celi und bei AuszeugHub bei euch zu Besuch sein dürfen. Wir freuen uns euch schon drauf. Vielen Dank, Martin. Tschüss, danke. Tschüss. Wow. Was für eine Tour durch ganz Österreich. Du hast recht. Zwei Tage, vier Bundesländer und vier Hammer-Locations. Das stimmt. Die Bogenhalle beim Taro war so schön. Und auch das Jeff-Cooper-Museum. Du darfst aber nicht außer Acht lassen. Das supermoderne Schisskino der Firma Ortner in Hohenzell oder die Dynamic Range mitten in Graz von Kaliber S, das sind wirklich geile Locations. Das stimmt. Aber zum Glück müssen wir uns ja eh keinen Favoriten raussuchen. Denn den CZ Celi und Bilou Austria Cup werden wir an ein vier Locations ausrichten. Auf das freue ich mich richtig. Oh ja. Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, um deinen Freuden schießen zu gehen, CZ Pistolen und Celi und Bilou Munition auszuprobieren, dann informiere dich einfach unter www.jagdundsport.store. Wir beide freuen uns, euch dort begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.